7 beste Schale mit Deckel für den Ofen Wenn Sie gerne indisches Essen kochen, ist der Kopfbräter Santorin der richtige Kochtopf für Sie. Er ist schwarz und aus Aluminium, ist 3,8 Liter groß und hat einen Aromaknopf, um die Gerüche von Ihrem Essen zu speichern. Der Kopfbräter Santorin ist einfach zu bedienen, stecken Sie ihn in die heiße Wanne oder in den Ofen und genießen Sie Ihr gewünschtes Essen. Este ist uno de mis Favoritos para Cozinar. Tiene una gran capacidad, Y es muy fácil de usar. Además, tiene una buena calidad, Y es muy resistente. Mi ha encantado la temperatura que lege al fondo del potaje. Mi ha gustado tanto que me lo he comprado dos Vefes. Wenn Sie gerne frische Soßen, Kräuter und Gewürze mit in die Küche nehmen, ist ein Vorratsdosen. Set von Grizzly Glas die richtige Wahl. Diese Vorratsdosen sind luftdicht, rechteckig und mit einem praktischen Klick. Verschluss Sie halten Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch, Kräuter und vieles mehr für längere Zeit frisch. Setzen Sie diese Vorratsdosen zum Kochen, Backen und Aufbewahren in Ihrem Kühlschrank oder Gefrierfach ein. Este set de 6 x 370 ml de Grizzly Glas Frischhaltedosen es perfecto para toda la casa. Son luftdicht, rechteckig Y. Sie pueden utilizar en el horno, la microondas o el frigorifico. Además, tienen un klick. Verschluss para una mejor organización. Te ahorraras tiempo en la preparación de tu comida, ya que tendras todos los ingredientes a tu alcance. Todo esto en una sola caja. Wenn Sie einen festlichen Anlass oder einfach nur viele Mahlzeiten bevorzugen, ist ein Vorratsdosen-Set von Ederloh die richtige Wahl. Dieses Set enthält drei große, ausgesprochene Glas. Vorratsdosen mit starken auslaufsicheren Deckeln. Sie können diese Vorratsdosen sowohl in der Spülmaschine, in dem Ofen, als auch im Gefrierfach oder in der Mikrowelle verwenden. Sie schmecken gut und sind eine ideale Aufbewahrungsmöglichkeit für Lebensmittel. Este es UNZ de Vorratsdosen de Alta Calidad que seguro te servira de mucho para toda la alimentación. San de una gran capacidad y están perfectamente proigidos contra la lluvia y el sol, además de que tienen una gran estabilidad. Están totalmente disponibles para la cocina, el gimnasio o cual quiera otra área en la canecasites almacenar alimentos. No te lo piadas. Wünschst du dir eine Auflaufform, die du direkt im Ofen backen kannst? Dann gibt es die Glasauflaufform mit Deckel von Oma & Paveo. Sie ist aus einem robusten Glas und hat einen Deckel aus Metall, der auf dem Geschirr bleibt, wenn du es in den Ofen schiebst. Das Geschirr ist perfekt für Back- oder Pfannenbacken. Ich comprado esta forma de cocina para poder prepararme las comidas individualmente, y me ha encantado. Es muy fácil de usar y se puede acomodar perfectamente en la cocina. Además, tiene una tapa de plástico que nos permite tener el contenido limpio. La forma es muy bonita y estilo retro, y está dissenada para que puedas preparar tus comidas an una sola pieza. Me gusta mucho, y considero que es una gran inversión. Wenn Sie gerne Kuchen oder einen Auflauf mit Creme Brûlée backen wollen, ist es Zeit, die Tozi Ofenschalen 6er Setro 260 ml zu kaufen. Die Schalen sind Durchmesser 11 cm und bestehen aus einem glänzenden Keramikmaterial. Je nach Wunsch können Sie die Schalen in verschiedenen Farben bestellen. Sie erhalten die Tozi Ofenschalen 6er Setro 260 ml in einem schönen giftigen Rot. Dieses Set ist perfekt für die Zubereitung von Kuchen, Creme Brûlée oder anderen leckeren Desserts. Ich comprado esta sete 6 CAC Rolas Y Me Ha Encantado. Sind de una calidad exzellente Y-Bahn una muy buena imagen. Allmachinan perfectamente el resultado de la coquion, lo que hace que la comida esté siempre fresca. Además, las dimensiones son perfectas, perfectamente adaptables, a cual quiera placa de horno. Mi encantan es das CAC Rolas Y estoy segura de que mi encantaran tambien sus resultados. Wenn Sie gerne ein gesundes und leckeres Essen zubereiten, ist es wichtig, dass Sie Ihr Essen ordnungsgemäß aufbewahren. Mit diesem Glasbehälter aus Glas können Sie Ihr Essen für die Gefrierschrank, die Mikrowelle oder den Ofen vorrätigen. Die Behälter sind mit einem BPA. Freien Glasbild geschützt und können bei Spülmaschinen gereinigt werden. Setzen Sie jetzt los und genießen Sie die leckeren Mahlzeiten in vollen Zügen. Hola. ¿Qué tal está el mundo? Yo estoy muy bien, gracias. Hoy vamos a hablar de una de las cosas que me encanta en este momento, los vorrats. Y es que, ¿qué mejor manera de asegurarme de que tengo todo lo que necesito para el día que venga que prepararlo todo previamente? Pues eso es lo que hacen los Iglu's Meal Prep Container. Son estanterías para la preparación de comidas para el frigorifico, el microondas o el horno, perfectas para que puedas ahorrar tiempo y que te quedes siempre con el estomago leno. Además, son de un material resistente y están libres de bisphenol A, que es una sustancia cancerigena. Si estás buscando una forma de organizar mejor tu cocina, estos estanterías son perfectas. 6 metros de paying画ación de decoración ¿Qué tal están hablando delloorean tu los foles? Si afecta todoapatróha, el microondas o etcétera, el microondas o etcétera, la intención de Alice & Srono. Si wünres laβα Andreanya, el microondas o etcétera de la begeg nativa. Die Farbe Rot ist im Vierer. Set enthalten. Genießen Sie Ihre kleinen Snacks in der Tozi-Mini-Ofenform. Mi encanta este set de viermal kleine Auflaufschalen mit Deckel. San Mui Practicas para poder preparar el desayuno, la comida o cual quiera otro plato an un momento Mui Practico. San de una gran calidad y están hecas de un material Mui Resistente. La forma que tienen es perfecta para poder guardar todo an una sola en voltura. Además, la forma de los recipientes es muy chula, así que no te decepcia y on Aaron. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.